Die Stadt erstrahlt in tausenden von Farben. Geht es nach den Visionären aus der Glasbranche, könnten die Städte der Zukunft bald schon so aussehen. Bunte Projektionsflächen anstelle von einfachen Glasfassaden. Mit solchen innovativen Ideen positionieren sich die Glashersteller aus der ganzen Welt. Glas soll demnächst mit uns kommunizieren, Werbung und Nachrichten, wohin man schaut. Reinhard Kordes ist Geschäftsführer eines Ferdener Glasunternehmens. Auch sie setzen auf den neuen bunten Trend. Natürlich muss man im Wettbewerb mit anderen Ländern und mit anderen Companies eine besonders gute Qualität und Alleinstellungsmerkmale haben. Aber deutsche Wertarbeit, deutsche Qualität hat schon einen hohen Wert in der Welt. Bisher produzierte das Ferdener Unternehmen eher für den lokalen Markt. Sie werben mit gut isolierenden und damit energiesparenden Scheiben, die besonders einbruchsicher sein sollen. Mit den bunt animierten Glas will man sich nun auch international behaupten. Ein Schritt, der viele Chancen, aber natürlich auch zahlreiche Risiken bringt. Die Konkurrenz aus Niedriglohnländern ist stark, trotzdem schaut der Geschäftsführer zuversichtlich in die Zukunft. Allein das Label Made in Germany ist für ihn Gold wert. Es ist viel mehr wert, als wir Deutschen im Moment glauben. Ich bin überzeugt und durch meine Erfahrungen bestätigt, dass die ausländischen Kunden größten Wert auf deutsche Produkte legen, weil sie einzigartig in der Welt sind. Deswegen will das Unternehmen auch weiterhin in Deutschland produzieren. Die drohende Wirtschaftskrise und Hilfsleistungen an die Euro-Länder wie Griechenland belasten aber nach wie vor die Konjunktur in der Euro-Zone. Professor Dennis Snow ist Präsident des Instituts für Weltwirtschaft. Er versichert auf einer Podiumsdiskussion, ohne diese Hilfen ist der Euro-Raum als wichtige Handelszone für Deutschland in Gefahr. Wenn der Euro auseinanderbrechen würde, dann würden große Risiken entstehen und das würde Investitionen und Exporte hemmen. Er ermöglicht nicht nur gute Handelsbeziehungen zwischen europäischen Staaten. Er versichert auch die Welt im Ausland, dass es einen stabilen Raum gibt, mit dem man auch in der Zukunft leicht auskommen kann. Mit einzigartigen Produkten auf dem Weltmarkt bestehen. Ein Ziel, das nur funktionieren kann, wenn alle Euro-Länder zusammenhalten. Denn auch das Label Made in Germany wird ohne einen starken Euro an Wert verlieren.